Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der nördlichste Punkt der Erde Gut, gehen wir zum Weihnachtsmann Na dann mal los Tja, sehr festlich geschmückt, nicht wahr? Klein Es muss klein sein, wegen der ganzen winzigen Elfen Das ist richtig gut, gutes Argument, Elfen Jojo, was geht, Leute? Habt ihr zwei Brüder Bock auf scharfe Nordpol-Ausstattung? Brian, seit wann sind am Nordpol schwarze Teenager? Äh, seit, ähm, seit Katrina Okay, und warum verkaufen die T-Shirts, auf denen steht Burrowville Road Island? Weil der Weihnachtsmann da auf, äh, der Highschool war? Ah, natürlich, klar Tja, dann hab ich nur noch eine Frage Denkst du, ich bin ein Vollidiot? Ha? Denkst du das? Stewie, die Reise zum Nordpol ist lang und gefähr Ich lass mich nicht verarschen, wenn's um den Weihnachtsmann geht, Brian Hier gibt es ein Riesenrad und einen Typen, der Kotze wegspült Aber am Nordpol kotzt niemand, außer der Frau vom Weihnachtsmann, weil die eine Essstörung hat Was? Ja, weil er jede haben kann, die er will und das weiß sie Stewie, komm mal wieder runter Das werde ich nicht Du schiebst deinen Arsch jetzt wieder in deine Hippie-Kutsche und bringst mich zum Nordpol Sofort! Äh, hör, hör zu, ich weiß, du bist wütend, aber warum schreibst du nicht einfach deinen Wunschzettel Und ich verspreche dir, ich schicke ihn dem Weihnachtsmann Scheiß drauf, hier ging es noch nie um Weihnachtsgeschenke, Brian Und, äh, warum möchtest du dann bis zum Nordpol fahren? Weil ich den Weihnachtsmann umbringen werde Stewie war also entschlossen, den Weihnachtsmann umzubringen Ob er es schaffen würde, finden wir es raus Warum willst du den Weihnachtsmann umbringen? Weil der Fettarsch mich im Einkaufszentrum hat abblitzen lassen und das soll nicht ungestraft bleiben Also los, ich hab alles genau geplant Ich besichtige die Werkstatt, streichel die Rentiere, mach Fotos von mir und dem Weihnachtsmann Und dann blase ich ihm sein scheiß Gehirn raus und hoffentlich sieht seine Schlampenfrau zu Das ist lächerlich, wir fahren nicht zum Nordpol Es ist Zeitverschwendung, du wirst ihn dort nicht finden Wieso nicht? Weil es keinen... Weil du, wenn du dort ankommst, vielleicht rausfindest, dass es nicht so ist, wie du dachtest Und ich will nicht, dass du enttäuscht wirst Das ist es? Das ist also dein Grund? Weißt du, warum du nie was auf die Reihe kriegst, Brian? Weil du eine negative Einstellung hast, wie IA Komm schon, IA, gehen wir spielen Hab keine Lust Warum bist du nur immer so schlecht gelaunt? Hab einen Nagel im Anus Oh Das ist nicht fair, ich habe keine negative Einstellung Ich... ich halte es nur für unklug, zu einer womöglich gefährlichen Reise aufzubrechen, die... Stewie? Sag Ja zum Leben, Brian! Weihnachten bin ich wieder zu Hause! Leck mich am Arsch! Und? Was kutschen wir da hinten rum? Ein Vogelschwarm, der zu erschöpft war, nach Norden zurückzufliegen Genauso macht man das, was, Jerry? Allerdings! Meinst du, das macht uns faul? Nein, wir sind noch in V-Formation Ja zum Leben, Herr. Ja zum Leben, drüben. Ja zum Leben! Ja zum Leben, drüben. Ja zum Leben, drüben. Untertitelung des ZDF, 2020